Nach zwei Tagen bis zum Jahreskonzert. Die Harmoniemusik Laris probt für einen grossen Auftritt. Dieses Jahr steht das Konzert unter dem Motto Musik und Magie. Für das wurde ein spezieller Gast eingeladen. Zusammen mit der Musik verzaubert Pat Alexander die Zuschauer. Für ihn ist das ein aussergewöhnlicher Auftritt. Ich spiele selber Trompeten, ich spiele selber in einer Musik. Es war schon lange ein Traum, meine zwei Leidenschaften zu verbinden, also Zauberie und Musik. Ich denke, es ist sehr gut gelungen und ich freue mich auf diesen Abend. Ich freue mich auf diese zwei Abende. Ihn wird man ab Ende Januar auf SF1 in der Sendung die grössten Schweizer Talente sehen können. Einmal. Die Flare Alkohol. Die Flare Alkohol. Ich freue mich auf den Weg zum Gehirn. Die Flare Alkohol.